Krabbe! Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir mittlerweile eine bessere Rüstung hinkriegen. Oh ja, das wollten wir schon seit... ... 300 Jahren mal gucken. Ne, 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 ne... Was? Oh, du rugelst ein bisschen beim Laufen. Vielleicht braucht's kurz, bis es sich eingeproovt hat? Ich denk's auch. Der Salad ist fertig, ist auch schon mal gut. Ich hab so viel vergessen, wie kann man nochmal kochen? Am Kochtopf. Ach so. Waffenwerkbank. Konditionswerkbank. Hatten wir nicht in der Reparatur? Ah, du hast Alkohol gekocht. Ja. Weil das gut wirkt. Weil es gut wirkt. Ja, das tut es. Ja, die Wirkung von Alkohol in Sunkland ist wirklich... Ja, ist echt komisch, ja. Ne, wir jetzt mal... Wie kann's sein, dass du grad die Rüstungsbank verwendest, wenn ich hier als einziger vorne dran stehe? Hä, ehrlich? Ja. Weird. In Verwendung durch andere Spieler. Hä? 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 Eben war ich noch dran. Lol. Bei mir steht's auch. Äh, da geht es jetzt gar nicht mehr. Es ist Hero Prime. Ja, ich hab ne Idee. Ich mach den ab in die Kist. Und pack sie wieder hin. Fliege. Was? So. Wir könnten einen Football-Helm herstellen, wir können einen Motorrad-Helm herstellen. Und ich glaub, wir können unten auch diese Teile benutzen und können dann, äh, Oberkörper-Rüstungen herstellen. Die hab ich ja schon dabei. Nur mit denen geht's allgemein. Hm. Oh, wir haben zwei kaputten Armeewesten, aber wir haben, glaub ich, keine Stahlbachen, ist das richtig? Glaub ja, ne? Ähm, könnten wir doch bestimmt welche kochen, oder? Also, schmelzen. Ich glaub, Stahl noch nicht. Ähm. Boah, da spielt man mal eineinhalb Wochen nicht mehr und schon... Geld und alles ist weg. Ganz weird. Äh, wir haben neun Stahlbachen. Das ist ja schon mal gut. Wir haben elf Stahlbachen. Ist ja schon mal besser. Aber, ich glaub, wir haben... ...keine Möglichkeit für Stahl. Ich könnte auch mal gucken, was es kosten würde. Beim Forschungstisch die letzte... Oh, viel Schrott. 50 Schrott bräuchte es. Ich geh los. Wir haben noch Schrott. Echt? So viel? Wusste ich auch nicht bis gerade eben, aber ja. Sonst hätte ich vielleicht einfach mal einen Fisch oder so... ...rum gebracht. Einen Fisch? Ja. Einfach so grundlos so. Äh, Entschuldigung, ich wollte mitteilen, dass ich... Ich bin grad ein bisschen neben der Spur, gell? Ich... War aber irgendwie... Ich wollte eigentlich mich grad mit kochen beschäftigen. Und dann kamst du mit dem Schrott. Und dann hattest du irgendwie mein Gehirn so... Okay, dann muss ich jetzt über den Schrott reden. Dann hast du gesagt... Okay, wir haben noch. Und dann dachte ich, gut, zum Kochen, äh, dann Fisch. Ach, das war jetzt grad... Das war jetzt grad unerwartet, du. Haben wir noch genug Schrott? Ja. Ach, sonst hätte ich ein paar Fische geklatscht. Okay. Was du nicht lassen kannst. Ähm, ich glaube ich verschwende jetzt erstmal ein bisschen Lebenszeit damit, dass ich ein paar Erze schmelze. Okay. Pflanzt mal... Aber wir haben schon voll gepflanzt hier, ne? Ja. Hm. Okay, also ab jetzt können wir alles lernen, was es gibt. Also ab... Jetzt. Ab jetzt? Ab jetzt. Stationäre schwere... Stationäre schwere Waffe, die sich drehen kann. Aha. Sirene, Detektor, Suchscheinwerfer, Boje... Alter, wir werden niemals mehr sterben, oder? Ich glaube nicht so richtig. Stahlofen, den hätte ich ganz gerne. Wir brauchen aber mehr Eisen, dann farm ich das doch ein bisschen. Sollen wir schlafen? Hören wir. Ist jetzt schon wieder was gekocht? Ja. Wie kann das sein? Wir haben doch gar nichts mehr für ein Gericht. Doch. Salat. Für Salat habe ich alles dabei. Hm. So, dann hole ich ein bisschen Eisen. Warum höre ich Motorengeräusche? Äh, das könnte oben der Generator sein. Ah. Okay. Du meinst, es ist der Generator. Wir haben gar kein Eisen mehr auf unserer Insel. All clear. Sollen wir denn doch ein bisschen rumfahren? Ah, da. Ähm, ich hätte tatsächlich erstmal geguckt, ob wir gegen eine Rüstung oder Waffe machen können für uns. Okay. Wir kriegen zwar die Gegner relativ schnell down, aber wir sind halt auch relativ schnell down. Und wenigstens ein bisschen Essen auf Vorrat würde ich gerne mitnehmen, so als... Ja, das versuche ich gerade, aber irgendwie haben wir halt, ne? Wir müssen ein bisschen Fisch töten. Ich angel jetzt mal. Oh, na komm, ja. Ja. Darfste... Medizin wäre auch halt schön. Da ist ein paar Rotalgen noch. Ja komm, dann schwimm ich und angel. Wo ist unser Schwimmding da? Ich frage mich, ob man Rotalgen auch irgendwann mal anbauen kann. Aber irgendwie ja nicht. Glaub noch nicht, naja. Also generell noch nicht, wir haben ja alles jetzt freigeschaltet. Sind wir schon durch mit dem Spiel quasi? Wir gehen schon in Richtung Ende, glaube ich. Das ist witzig. Wir hatten zwei Kämpfe oder drei auf unserer Insel. Das war's. Also zumindest können wir alles lernen. Wir haben bestimmt nicht alles entdeckt und es gibt bestimmt noch tolle, tolle Features, die noch unbekannt sind. Bin ich mir sicher. Ja. Aber wir können zumindest jetzt alles herstellen, wenn wir die Ressourcen dazu finden. Krass, oder? Das ist schon heftig schnell gegangen. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Acht Stunden oder so? Ja, zehn. Bin wir gerade dabei. Was würde denn eine bessere Waffe kosten? Es gibt hier ein altes Repetieren-Gewehr. Das könnten wir uns herstellen mit 8 Eisen. Spun-SMG. Hm. Maschinenpistole. Ich finde die Schadensanzeige immer noch ganz, ganz merkwürdig. Ja, das ist komisch gemacht, da gebe ich dir recht. Generell, das Spiel ist noch nicht... Also da müssen sie schon noch hart dran arbeiten. Die Idee ist sau cool. Ja. Ich finde es auch erstaunlich, dass bisher niemand scheinbar die Idee vorher hatte. Ja, das stimmt. Weil eigentlich gar nicht so... Aber trotzdem eigentlich cool. Es gibt ja schon viele Unterwasserspiele und sowas, ne? Richtig. Aber... So war es halt. Schon komisch, dass keiner auf die Idee kam. Und derjenige, der auf die Idee kam, macht's... Ja... Halbherzig, will ich jetzt nicht sagen. Das klingt zu böse. Nicht ausgereift genug. Überhaupt nicht ausgereift, halt. Das ist, als ob er sich denken würde, ach, ich hatte jetzt schon meinen größten Hype. Am Spiel muss ich jetzt nicht mehr arbeiten. Ist jetzt okay. Also, Rotalken habe ich ein bisschen bis jetzt. Dies ist schon mal gut. Angeln muss ich halt noch. Was kostet denn nochmal so ein schönes Beet? Stoff bräuchten wir halt endlich mal, ne? Äh, Stoff hat man... Ah, Baumwolle. Ja, wir müssen... Lass mal einfach noch irgendwo 20 Beete hinstellen. Ja, wir haben halt keine Baumwollsamen auch. Beziehungsweise, um Beet hinzustellen, bräuchten wir... Äh... Sind wir sicher, dass wir keine haben? Ähm... Was meint ihr, wir hätten welche gehabt? Wir haben 17. Also? Aber wir brauchen Beete... Äh, wir brauchen Stoff, um erstmal Beete hinstellen zu können. Ah, warte mal. Ah, wir haben hier Baumwolle. Dann mache ich aus der Baumwolle... Mache ich Stoff. Aber nicht genug. Wir haben echt keinen Stoff mehr. Äh, wir brauchen viel davon immer. Tschüss. Wir haben doch letztes Mal diese Insel mit dem großen Gebäude eingenommen. Aber haben wir auch geplündert. Weit ich weiß. Ja. 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 Ich glaube, die ist jetzt immer noch leer. Ja. Aber weird, oder? Ja gut, wir haben ja direkt danach eigentlich aufgehört. Ah. Also kommt schon hin. Ähm, dann nehme ich das Eisen mit. Denn ich hätte gerne den Stahlofen. Ich vermute, das geht bestimmt schneller. Können wir den denn auch schon... Ah, das Aquarium können wir ja fast machen. Oh, nice. Können wir das überhaupt nicht machen? Wir bräuchten Elektronen... Warum brauchen wir dafür elektronische Teile? Ey, für die Wasserfilter und so. Meinst du, da ist wirklich auch was drin? Vielleicht? Stell mal eins her, ne? Achmo. Wo stellen wir das denn hin? In der Eingang? Ja. Ein Schlafzimmer oder so. Schlafzimmer. Doch passt. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Äh, ich mach's mal vor das Schlafzimmer. Da haben wir noch so eine Wand frei. Joa. Okay. Das ist ganz cool eigentlich so. Aber es ist kein Fisch drin. Am Rand von der Map oder was ist jetzt passiert? Pff. Was? Du bist denn dahin gekommen? Ja, Obsidian oder so. Keine Ahnung. Ich bin grad auf dem Meeresgrund geschwommen. Hört hier einfach den Sand auf. Das ist nur Schwarz. Das klingt... Weird. Unausgereift. Mhm. Unausgereift. Ich bin tatsächlich am Rand von der Map. Sehr unausgereift. Okay, das ist ein bisschen witzig. Ja, da ist ja noch ein Fragezeichen außerhalb der Map. Kann ich da drüber fahren? Und hat dieses Spiel durchgespielt. Fahr mal über die Map. Ja, ja, aber... Im schlimmsten Falle wird ein Account geöffnet. Wie klein doch diese Map dann am Ende ist, ja? Ist sie tatsächlich, ja. Fahr jetzt mal zu diesem Fragezeichen. Mach das mal. Zu dem, was außerhalb der Map ist, meinst du? Ja. Unten. Im... Süden. Ja, was soll ich sagen? Hm. So gut. Ich glaub, da sind wir schon öfter dran vorbeigefahren, du. Wenn ich das jetzt hier richtig... sehe. So belanglos sagst du also. Es ist eine Insel mit... drei Hochhäusern. Die einfach nicht weit weg ist von den anderen Inseln auf der Map, oder da wo wir letztes Mal waren. Mhm. Mit dem großen Gebäude. Ja, und das gehört halt einfach nicht mehr offiziell auf die Map schon. Wow. Das ist an vielen Punkten... sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ja, leider schon, weil die Story halt auch einfach so geil ist. Was für ne Story? Also die Idee... Ach so. Jetzt nicht die... Story vom Spiel. Hab ich was verpasst. Hab ich was verpasst? Aber... Geht mal auf die Insel, weil... Ich glaub, da ist einfach niemand. Es wird keiner hinprogrammiert. Also das Ding heißt, der Kriegstreiber starb. Ich sehe aber niemanden. Könnt sich jetzt gleich ändern. Ich sterb bestimmt gleich oder so, aber... Ich geh jetzt auch mal irgendwo hin. Hab ich irgendwas gesehen? Okay, doch. Ich könnte dich gebrauchen. Warum? Was ist da? Äh... Der Kriegstreiberstamm ist da. Wißt du, wo ich bin? Ich seh das Boot. Das ist nicht weit. Ich seh da nicht auch. Ich seh sogar unsere Insel. Ist nicht weit, sagste? Ich seh die Insel. Das ist ne Minute fahren. Ich schwimm mal. Soll ich dich abholen? Äh... Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nicht sogar... geschwommen schneller bin wegen dem tollen, äh... Feature, dass du... zwei Schwimmflossen anziehen kannst. Ich bin so'n kleiner... Ja, du hast schon... die Hälfte des Weges eigentlich hinter dir knapp. Ich mein, das Gute ist, dass ich unterwegs auch noch Rotalgen einsammeln kann. Findest du überhaupt noch welche? Ich hab jetzt nur zwei Stück gefunden. Ich hab welche grad gefunden. Ich hab halt unterwegs noch ein bisschen Stuffed mit. Das Boot ist ja leer von uns, ne? Ziemlich. Okay. So, dann nehm ich noch ein bisschen was mit. Wie fix du dich über die Map bewegst. Bitte? Wie fix du dich über die Map bewegst. Ich glaub halt echt, das ist ein Fehler, oder? Mit den beiden Schwimmflossen. Wir müssen eigentlich mal probieren, wenn wir nochmal Schwimmflossen herstellen. Was noch schneller geht. Das wär zum Schluss halt so... Das ist so witzig. Das würd mich halt nicht wundern. Dass er so vergessen hat reinzumachen, so... Aber verdammt. Das Deck geht nicht. Ich find's auch ein bisschen schade, dass viele Stellen einfach so leer sind. Ich bin jetzt hier grad im Meer und da ist einfach nichts. Nichts. Genau. Und so bin ich auch auf den Rand der Map gestoßen, weil ich gedacht hab, Rob, irgendwann muss doch jetzt nochmal was kommen. Aber... Nix. Obsidian. Oh nein. Komm mal zu mir. Ich bin ganz nah. Äh, warte. Ich versuch dich zu finden. Oh nein. Was ist das denn? Ich bin genau neben dem Boot eigentlich. Also ich weiß nicht, ob das ein Fehler bei mir ist. Ja, ich seh dich. Dann schwimm mal hier nach unten. Kannst du ja auch einfach unter die Insel schwimmen. Ja. Und ich kann auch wieder obendrauf rausschwimmen. Harte, man kommt durch die... Ja. Oh nein. Ja. Aber da unten nicht. Ja, nee. Das ist one way, aber das musst du auch programmieren. Das ist Qualität. Meinst du, wir machen das Spiel jetzt kaputt? Wir könnten uns halt mitten in die Insel backen, aber... Ja stimmt, stell ich mal genau hier hin, dass ich deinen Namen sehe. Ich guck mal, was passiert, wenn ich an Land rauskomme. Das folgende Display wird abrupt enden. Du kriegst gleich in die Luft. Wahrscheinlich. Boah, ich bin hungrig. Scheiße, wieso bin ich jetzt hungrig? Ich bin unter dir. Aber du kommst nicht hoch, oder? Nee, weil das Wasser hört hier auf. Das Wasser hört. Deinen Kopf hab ich aber grad gesehen. Oh, warte, geh ich weiter hier hin? Oh. Hi. Tada. Ich bin da verhungern. Es wird Zeit, die umzulegen hier. Hier, komm her. Warte. Hier. Dankeschön. Jo. Ist da überhaupt jemand? Hast du welche gesehen? Ja. Also einmal links von der Brücke. Und dahinter dann auch nochmal welche auf den Gebäuden. Die warten aber noch, bis jemand von uns kommt. Ich weiß nicht, wie viel Munde ich hab. Ich hab echt nicht viel. Oh ja, dann seh ich einen. Ja, und da oben halt dann nochmal. Ich glaub in den Häusern ist schon niemand. Ich geh mal von der anderen Seite dran. Ah ja, okay. Ich schieße ihn an. Ich seh ihn schon gar nicht mehr. Ist er schon tot? Oder ist der hinter den Kisten? Nee, ich glaub der ist hinten dran. Rechts sind aber ziemlich viele, ne? Rechts sind aber ziemlich viele, ne? Versteuerung. Oh Gott. Ich bin tot. Der macht viel, der Wetsch. Ich hab ihn. Ah, sehr gut. Oh yes, es ist ne Maria um die. Oh ja, 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 ja. Kannst du Munde mitbringen? Nee, ne? Ich glaub wir haben gar keine Pistolen-Munition mehr. Wenn, dann finden wir hier wieder welche. Ich kann dir Armbrust-Munition mitbringen, wenn du willst. Ähm, das wär cool. Ich hab zwar noch ein bisschen. Ich nehm nur 18 Stück mit. Ist ja zwar nicht die Welt, aber... Also die Armbrust-Munde ist ja auch... Okay, ich komm wieder zurück. Versuch's jetzt mit der Armbrust, aber... Gut, ich hätte vielleicht nicht einfach so hinrennen sollen. Und wir haben halt nach wie vor keine Rüstung. Das war eigentlich nicht ein bisschen blöd. Jo Allah. Ich hätt nochmal 12 Pistolen-Munni für dich. Ich hab 49. Also ein bisschen reicht. Also bei meinen Leiche müssen 49 liegen. Ich treff die nicht mit der Armbrust, das kannst du so vergessen. Hm? Ich treff mit der Mauserpistole nicht. Die ich hab. Die ist ganz komisch. Weiß auch nicht, ob ich höher zählen muss, als ich... Das hab ich... Ja, doch muss ich. Ja. Außer tatsächlich ein Abfall. Wow. Ja, hat's. Krass. Ah ja, okay. Dann hab ich's jetzt raus. Soll ich mal... Soll ich mal unfair spielen? Mach mal. Ich hoffe, ich mach jetzt nichts kaputt. Ich schnapp jetzt meine Leiche. Dann schwimm ich unter die Insel. Okay. Weil von unten kannst... Ah ne, ich kann im Wasser nicht mit der Pistole schießen. Ne, geht doch nicht. Geht doch nicht. Schade. Ich hab kurz überlegt, ob ich dann von unterhalb einfach hochschießen kann. Aber die können nicht zurückschießen, weil's von oben ja nicht durchgeht. Aber siehst du die dann überhaupt? Ich glaub, ich seh die. Weil dich hab ich auch perfekt gesehen. Aber ich kann von unten ja nicht die Ding verwenden. Die, äh, Pistole. Das sagt ja immer, kann nicht verwendet werden. Ah, ich bin neben dir. Ich glaub einen hab ich noch. Das sind ganz viele. Ja. Das kommt raus. Au, ich wurde ge... Ich blute? Hab ich Verband dabei? Yes. Hast du? Okay. Ja. Ich treff halt überhaupt nicht mit der Pistole, ne? Also ich hab jetzt mal so drei Millimeter drüber gezielt. Ich bin so kacke. Ja, das ist aber auch überhaupt nicht austariert hier alles. Also null. Ich hab noch kein... Jetzt hab ich einmal getroffen, zweimal hab ich getroffen jetzt. Endlich. Wie ein Noob, Alda. Aua. Oh Gott. Die machen ziemlich viel Damage, wenn sie mal treffen, ne? Abartig. Aber sie treffen ja auch nicht häufig. Oh, mich haben die zweimal getroffen. Mein Leben ist fast ganz unten und es regeneriert sich... sehr langsam. Es regeneriert sich extrem langsam. Ob, stirb. Stirb! Ja! Ja! Nee, ist wieder aufgestanden. Ja, aber du hast zweimal getroffen. Ich hab nur noch neun Muni. Kann gegeben. Von 49 ursprünglich. Kann gegeben. Warte. Guck mal, hier. Yeah! Äh? Ah, jetzt hat's aktualisiert. Einer ist noch, oder? Ich glaub beide sind noch. Ja, beide sind noch. Rechts guckt die ästliche Klatze raus. Hier bin ich! Wird's gar nicht mehr. Wird's gar nicht mehr. Nice! Ich glaub's auch nicht. Ich glaub's auch nicht. Oh, ich bin out of, äh... Ich hab noch. Ja, ja. Äh? Wo kommt denn der jetzt her? Ich weiß es nicht, aber wo ist er denn? Äh, am ganz linken, äh, Barrikade, Karton. Ist das überhaupt, oder? Das ist ein anderer. Ich hab noch einen einzigen Schuss. Ich glaub das ist ein anderer. Immerhin, der letzte Schuss hat er noch getroffen. Ah ja, ganz links. Ah, ja, ja, ja. Oh, da wollte ich grad hinrennen. Ich hab jetzt halt keinen Schuss mehr. Ab jetzt. Was machen wir jetzt? Ich geh mal hin. Den knüpple ich jetzt nieder. Wie wär's? Uh! Mach ich doch nicht. Hm. Oh! Doch wie der Rückzug, oder? Oh! Unge. Ohohoho. Hat der Fisch ins Nirwada geschossen, Alter. Hat der Fisch ins Nirwada geschossen, Alter. Boitier.